So, Hallöchen damit, willkommen zurück zum Let's Play von Deponia 3 nach dem kleinen Witzeausflug, Ende der letzten Folge. Widmen wir uns jetzt vielleicht mal wieder dem seriösen Teil des Let's Plays. Wir müssen uns schauen, dass wir hier irgendwie damit machen können. Ich weiß nur noch genau was. Er braucht schon Werkzeug, eine Hände wie Schraubstöckeart. Ganz schön glipschig, meine Schraubstöcke. Genau, ähm... Deswegen, wir können davon bestimmt nichts benutzen, wahrscheinlich... Ne, den Schraub haben wir schon ausprobiert. Okay, dann würde ich sagen, äh, gehen wir besser einfach mal weiter. Wir haben noch ein paar andere Türen zu öffnen hier, so. Ähm, da habe ich wahrscheinlich die Uhr dran. Also, ähm, zur Rezeption raus. Gehen wir erstmal raus hier, das ist ganz gut. Jo, jetzt haben wir die erste Tür schon mal. Ähm, zweite Tür, einfach mal, einfach mal rein. Ich meine, ich weiß nicht, was mir erwartet, zu Würfel. Ah, hier sind die Zimmergänge. Äh, Zimmertür, Fragezeichen, Zimmertür. Oh, die Stimme kenne ich. Doch, das ist doch... Und ein dunkles Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua, das gibt ein Horn. Ey, elf mich nicht nach, du. Hä, Moment mal. Ich kenne dich. Du bist sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Ähm... Genau. So, auf jeden Fall. Ähm... Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatske. Hm. Ähm... Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich geh auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flat Sitter hat Mumps. Hm. Genau, das glauben wir die natürlich. Gar keine Frage. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich hab nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe? Hippo der Zerstörer, König der Komedianten. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bipo, bipo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emilui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Hm. Das glauben wir dir einfach mal. Aber du bist gut im Improvisieren, Kollege. Das machst du echt gut. So, ähm. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug Das Ende ist nah eingenäht? Sie meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Minitekel. Hm. Genau, ähm. Weil ich vor allem auch dieses Hotel einfach schon im Voraus buchen würde. Ich würde mir nichts anderes suchen, sondern gleich hier, ähm. Ist einfach schön und seriös hier. So. Lass das Theater. Ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorher zu sehen. Du hattest natürlich recht. Ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Hm? Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau. Man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum hab ich Gleichgesinnte um mich gescharrt. Um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Ähm, aber die Welt, also das ist anscheinend, äh, er ist wahrscheinlich der Typ, äh, der Anführer davon. Äh, von der uns unser wunderschöner Rezeptionist erzählt hat. Also, heute aber nicht. Genau. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen. Kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Ha, das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Genau, ähm, hier. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Und das mit dem Reinwaschen hat bestimmt auch kein bisschen was damit zu tun, dass sie sich in der Wäschekammer eingerichtet haben. Oder in der Wäscherei oder sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, hier. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat das Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und, Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand. Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Ah, es hat sogar einen Flyer ausgegeben. Weil hier im Hotel ist es natürlich... Also da ist natürlich der Place to be einfach nur. Ähm, da geht's einfach ab. So, ähm, Kutte. Es ist zwar ein Bademantel aus dem Hotel, aber... Kann ich deine Kutte haben? Nein. Aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangs-Gehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ja, also diese Woche oder was? Letzte Woche? Warte mal, ich glaube, es war letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr... Ich glaube, es war ziemlich genau zweieinhalb Wochen vor Weihnachten. So um den Dreh muss es gewesen sein. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die Willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspare mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Äh, das stimmt auch. Warte mal. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur... Ja, blablablub. Ich habe es... Warum kann ich das nochmal anklicken? Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber, gehen wir einfach mal weiter. Was treibst du da eigentlich? Ich mache mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ähm... Ohohoho, Rufus, du bist gemein. Du bist gemein. Das ist, ähm... Ja. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Okay, ähm... Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Das ist ihm. Äh, was haben wir denn? Ein Tarantelglas. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Kamouflage zu tun. Wahrscheinlich auch hier von, von, von dem Hersteller das... Warte mal, wie hieß das? Von dem Pfefferstreuer. Dr. Übel Pfeffsnack. Enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter. Dr. Übel Köderinsekten. Ich glaube, das könnte ja auch von Dr. Übel sein, das Tarantelglas. Ganz bestimmt. Können wir das eigentlich mitgehen lassen? Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. Okay. Den wird er uns anscheinend nicht geben. Wofür auch immer wir eine Tarantel brauchen. Das weiß ich noch nicht genau. Was haben wir hier denn noch Schönes? Ähm... Kapuze. Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Äh... Staub. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Ah, hintergründige Doppelbödigkeit. Toller Folgentitel. Ähm... Pfeffer vielleicht. Ja, ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine... Ja, ja, ich kenne mal schon. So, da muss irgendwas Lustiges rein. Vielleicht Zahncreme? Dentosaurus, der Dino-starke Zahnputz-Spaß. Hey, das ist dieselbe Marke, mit der ich als Kind Fiebererkrankungen vorgetäuscht habe. Da steht's ja auch. Dentosaurus-Zahnpasta ist ein Chemie-Abfallprodukt und nicht zur inneren Anwendung geeignet. Mögliche Nebenwirkungen, Fieber, Schweißfüße, permanenter Verlust des Gefahrenbewusstseins. Dentosaurus-Zahnpasta darf unter keinen Umständen mit Teppichreiniger vermischt werden, da gefährliche Chloroformgase entstehen können. Wow! Ich sollte öfter mal Gefahrenhinweise lesen. Ich hab doch tatsächlich geglaubt, Zahnpasta sei nutzlos. Dann nehmen wir einfach mal mit, oder? Kann man bestimmt viel mit anfangen. Das ist wie einem Kind, den Lolli wegzunehmen. Nur mit weniger Karies. Und der Seher, dem ist das anscheinend egal. Hätte es zwar gesehen, aber es war ihm anscheinend egal. Okay, mehr können wir auch nicht hier tun. Ähm, deswegen würde ich sagen, Zahnpasta reinschmieren, nur mal so als, äh... Nee, okay, können wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das mal raus und durchsuchen mal die weiteren Zimmer. Aber süß, dass da so ein, so ein, so ein, warte mal... Dass da so ein schönes Herzchen-Ding ist, das aus der Toilette raushackt. Das ist echt süß. Also der Seher hat echt Stil, muss ich sagen. So. Einmal raus hier und dann würde ich sagen, schauen wir mal die nächste Zimmertür. Hm, abgeschlossen. Bowl? Keine Antwort. Äh, passt denn dort der Schlüssel? Gut, können wir dann vielleicht mit dem Korken ziehen. Wir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knapp. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Was Vor- und Nachteile hat, muss ich sagen. So, äh, Schrank. Oh, so ein Schrank. Ähm, Kopfkissenbezug. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Ah, okay. Das ist natürlich toll. Ähm, nehmen wir den mal mit. Kann ich mir den irgendwie überziehen oder so? Dieser Kopfkissenbezug ist komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Können wir uns denn irgendwie überziehen? Ähm. Können wir vielleicht, können wir ihm das Ding vielleicht über den Kopf ziehen? Warte mal, warte mal. Äh, können wir ihm das Ding über den Kopf ziehen? Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen. Aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Nie kaputt zu legen. Es wäre schon lustig, aber leider fehlt... Nee, okay. Er hat keine Haare. Gut, ich, ich verstehe schon Rufus. Naja, so mein Bestes mal weiter. Vielleicht erst mal untersuchen und dann so schon mal hier in die Zimmertür rein. Oder vielleicht erst die da. Hier ist niemand. Na prima, dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp. Zu spät. Ähm. Äh, hallo? Ruda, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich sehe dich doch. Du siehst Gespenster. Kann ich sein. Ich glaube nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt. Und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Ähm, ich... Oh, ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Ähm, warte mal. Da ist ein Typ, der ist unter einem Bettlaken. Und der schaut durch ein Guckloch und Knügelchen, auch wenn er nur ein Schrank ist. Aber... Okay, die haben wir im Hotel Spanner. Das ist natürlich auch toll. Das ist eine Pracht einfach nur. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räumen bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Da war Geschirr neben der Tür. Das ist da keines mehr. So, ähm, warte mal. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Wahrscheinlich nicht. Oder guckt euch das Loch durch. Das ist natürlich toll. Gespenst und Geschirr. Hier müssen irgendwo die Scherben rumliegen. Wenn ich meine Augen zusammenkneife, sehe ich sie sogar direkt vor. Hinter mir. Können wir die mitnehmen? Au! Wir haben ein Fischmesser. Schön. Okay. Ähm. Da. Ja, okay. Da kennen wir schon. Ich würde es aber quatschen mal. Nein, Lasse. Oje. Jetzt kommt alles raus. Würde ich sagen, quatsch mal ein bisschen mit dir. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken. Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Äh. Aha. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Natürlich. Ähm, hier. Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Aha. Äh, schlechtes Gewissen. Ich? Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage. Ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Ach komm. Jeder hat doch irgendwelche Laster. Wenn auch nur die, die in der Garage beim Ultra Simulator 2 stehen. Ahahahahaha. Ich glaube, den Witz mit dem Laster, der ist auch nicht besser. Ja, das, ähm. Was geht jedem Laster voran? Ich glaube, das ist lustig. Ähm, ich glaube, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, ähm, dass ich mal die Aufnahme ganz kurz, äh, pausieren sollte bis zu einer neuen Folge, ähm, Let's Play Deponia 2. Ähm, wobei, komm, machen wir einfach mal durch hier. Ich habe kein Laster, kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt. Ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Ah, sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Hast du mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goal dir verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Ähm, schön, ich verzeihe mir. Schön. Ich verzeihe mir. So, und nun? Was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also, wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Hm, vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in meinem Freund, der Geisterastronaut. Ähm, geh einfach weg, Kollege. Na los, hopp. Na verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Oder ich stehe im Dunkeln und schaue an den Leuten. Ist okay. Na los, hopp. Na verzeih dir doch einfach. Das ist nichts. Ich schäme. Und wie willst du dann? Ich dachte, ich... Ja, kennen wir ja. Okay, äh, machen wir weiter hier. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben. Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein. Hä? Aber Moment. Du meinst doch nicht etwa... Doch. Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Genau. Und vor allem höre ich denen gerne dabei zu. Ich schaue denen nicht gerne zu und brauche deswegen das Loch. Nein. Laster kein Laster. Reden wir über was anderes. Sehr gerne. So. Ähm, und ich will sagen, den Rest den Quatsch von der nächsten Folge. Wollte niemanden. Schon besser. So. Den Rest den wir zur nächsten Folge haben. Bis dahin. Ich sage, mach es gut. Vielen fürs Zuschauen. Und tschüss.